So, ganz herzlich willkommen zu diesem Video, Ethylenoxid in Lebensmitteln. Dr. Selzer mit dieser Information, ich möchte in diesem Video dieses Thema Ethylenoxid einmal beleuchten, wenn Sie nicht wissen, worum es geht, gleich gibt es die Informationen. Und ja, es sind sehr wichtige Informationen, denn es handelt sich hier um ein giftiges Gas, das wieder mal in Lebensmitteln gefunden wurde. Schauen wir mal rein in das Thema. Es gibt hier einen Bericht, wenn man sich hier mal auf YouTube anschaut, der quasi so in der letzten Zeit hier wirklich Wellen geschlagen hat vom Südwestrundfunk Markcheck SWR, heißt dieser Bericht, krebserregendes Ethylenoxid in Lebensmitteln gefunden, abgekürzt EO für Ethylenoxid. Und ja, was ist das? Das ist ein Stoff, der zur Begasung eingesetzt wird in Frachtcontainern. Wenn man mal reinschaut, es gibt einen sehr schönen weiteren Bericht hier, Gesundheitsgefahr, giftige Schadstoffe in Containern. Das war mal ein Bericht von der ARD, wo es hier darum geht, dass eben diese Überseekontainer mit Mitteln begast werden, die quasi Fras und so weiter halt einfach Insektenbefall, Pilzbefall, Bakterienbefall verhindern sollen. Und diese Mittel, die sind zum Teil, die angewendet werden, unter anderem eben Ethylenoxid in der EU nicht erlaubt. Und wer sich hierfür interessiert, dem kann man wirklich nur diesen Bericht hier ans Herz legen, der sehr speziell ist, weil wirklich hier sehr massive Gesundheitsgefahren bei den Arbeitern schon aufgetreten sind, die eben diese Container öffnen müssen. Sie machen das hier unter Schutzmaßnahmen natürlich. Zufälligerweise, ich bin ja Fachberater ABC für die Feuerwehren, war meine Prüfungsfrage auch über die Begasung von Containern und darum interessiert mich das Thema so ein bisschen. Wie funktioniert das Ganze? Man kann sich so ähnlich vorstellen wie so eine kleine Gaskartusche, die quasi da ständig ausgast. Und das kann eben hier sein, dass so ein Container, der ja luftdicht verschlossen ist, eben ganz, ganz hohe Dosen von diesen Gasen noch an Bord hat. Man sieht hier Methylbromid, das ist eines, das häufig verwendet wird, eben das Ethylenoxid, Formaldehyd und so weiter. Und so geht es hier durch. Also einige Gase werden hier häufig verwendet. So, wir sind hier übrigens auf der Seite der IFA, Institut für Arbeitsschutz der DGU, also der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, wo man diese Informationen dann bekommen kann. Also dieser Stoff ist jetzt in Lebensmitteln gefunden worden. Bevor wir klären, in welchen Lebensmitteln und wo man das nachschauen kann, erstmal hier grundsätzlich die Stoffbeschreibung. Also Ethylenoxid ist hochentzündlich. Es gibt auch Explosionen mit Ethylenoxid, wenn es in hohen Mengen sozusagen in die Luft geht. Und hier ist es eben so, dass dieses Gas schwerer ist als Luft. Es steht sozusagen wie so ein Spiegel in so einem Container drin. Wenn man dann die Tür aufmacht, dann kann es eben sein. Es geht hin bis zu massiven neurologischen Beschwerden, Bewusstlosigkeit und so weiter. Und sofort, je nachdem, welches Gas verwendet wurde, dass eben diese Lebensmittel nicht befallen werden von Insekten, Bakterien und so weiter. So, und man atmet es natürlich ein hier, dieses Ethylenoxid geht über den Atemtrakt und so weiter. Oder akute Kopfschmerzen, Schwindel und so ist die akute Vergiftung. Aber es kann eben auch, steht den Verdacht Krebs auszulösen. Wer weitere Informationen will, hier gibt es nochmal die Gäste-Stoff-Datenbank. Das ist eben eine Stoff-Datenbank über chemische Stoffe, wo man genauere Informationen nachschauen kann. Grundsätzlich mal, wie funktioniert das alles, beziehungsweise wieso findet man jetzt das in Lebensmitteln? Wir haben natürlich ein Kontrollsystem, das verhindern soll, dass dieses Ethylenoxid, das wirklich hochgiftig ist, dann letzten Endes in den Lebensmitteln aufschlagen soll. Wir haben hier schon 2020 Warnmeldungen gehabt über Sesam. Die kamen, glaube ich, aus Indien, wenn ich mich richtig entsinne. Dort wurden erhöhte Mengen festgestellt vom Ethylenoxid. Und jetzt hat man wieder Mengen festgestellt. Und wenn man hier mal auf Lebensmittelwarnung beispielsweise geht und das eingibt, Ethylenoxid, dann sieht man hier die Produkte, die davon betroffen sind. Ja, beispielsweise hier gut und günstig rote Grütze. Dort wurden erhöhte Messwerte für Ethylenoxid festgestellt. Und so geht es weiter. Man muss einfach hier nur diese Seiten durchsuchen. Dann kommt hier die nächste Warnung. Nochmal eine andere rote Grütze. Und wahrscheinlich hat man hier eine Charge eingekauft von Früchten, die praktisch belastet sind. Aber auch so Sachen wie hier eine Nudelsuppe hat Ethylenoxid drinnen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es neben den Lebensmitteln momentan sehr große Sorge unter den Eltern. Stichwort Covid-19, Corona-Test. Bayern hat die sogenannte Pool-Testung eingeführt. Warum? Weil Ethylenoxid auch verwendet werden kann, um Dinge aus der Medizin zu sterilisieren. Hier sehen Sie eine handelsübliche Spritze. Wenn man umdreht, steht hier drauf Ethylenoxid. Und hier gibt es sehr, sehr große Sorge, dass quasi dieses Ethylenoxid auf diesen Teststäbchen drauf ist. Dass die Kinder das in den Mund kriegen, dass es eben Krebs auslöst oder hochgiftig ist. Also sehr, sehr viele Verbraucherportale und so weiter haben hier komplette Entwarnung gegeben. Die haben gesagt, wir machen hier Stichproben. Es gibt gewisse Kennzeichnungen, CE-Zertifizierungen und so weiter. Die Hersteller müssen das einhalten. Die Wahrheit ist, und da gehe ich nicht so hundertprozentig konform, man sollte wirklich skeptisch sein. Denn wir importieren gerade sehr, sehr viel aus China. Wenn natürlich hier in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern drauf steht EO, Ethylenoxid, dann kann man davon ausgehen, dass die Sache korrekt gelaufen ist. Wieso sage ich so etwas Schlimmes? Ganz einfach deshalb, ich war als Kreisfeuerwehrarzt sehr involviert, sozusagen Masken für unsere Feuerwehren zu bestellen. FFP2-Masken. Und wir haben hier Ware angeboten bekommen aus China natürlich, wo sonst. Und da waren alle Kennzeichnungen drauf, alle Zertifizierungen der Welt, die man sich nur vorstellen kann. Aber de facto war es dann halt so, man hat die Masken, die zum Teil in einer oder zweier Verpackungen verschlossen waren, aufgemacht. Und es hat so nach Chemie gestunken, dass man sofort Kopfschmerzen und auch Geschmacksstörungen bekommen hat. Deswegen, mein Vertrauen ist hier, wenn es aus anderen Ländern kommt, durch dieses Ereignis etwas getrübt. Und deswegen kann ich die Eltern verstehen, die natürlich beruhigt werden. Aber deshalb kann ich Eltern verstehen, die hier einfach Sorge haben. Was wäre denn die Lösung? Die Lösung ist ganz einfach. Die Lösung ist so, dass man auch andere Desinfektionsverfahren einsetzen kann. Also beim Ethylenoxid ist es eben so, es wird begast. Dann wird teilweise dieses Gas unter Vakuum wieder ausgewaschen, beziehungsweise komplett ausgewaschen. Und dann sollten hier keine Rückstände mehr sein. Die Hersteller sagen, falls doch Rückstände sind, dann gast es innerhalb von drei, vier Wochen von alleine aus. Da frage ich mich allerdings, wieso findet man es dann in Lebensmitteln? Dann müsste es ja dort auch von alleine ausgasen. Schauen wir nochmal was anderes an. Und hier ist eben auch gerade sehr, sehr große Verunsicherung da, wenn es um die Sterilisation von Arzneimitteln oder von medizinischen Produkten geht. Denn oftmals findet man hier hinten nicht den Hinweis EO, sondern man findet den Hinweis R für Radioactive. Und es geht hier um die Gamma-Sterilisation. Diese Gamma-Sterilisation ist ein sehr interessantes Verfahren. Es gibt eben Firmen, die haben einen sogenannten Kobaltstrahler. Wir schauen hier mal rein in einen Bericht der Deutschen Apothekerzeitung. Ich werde das natürlich alles verlinken zum selber nachlesen. Und hier sieht man eben ein Wasserbecken. Hier ist so eine Kobaltquelle drin. Und da werden also palettenweise die Medizinprodukte reingefahren. Nadeln, Spritzen und so. Also es wird sozusagen alles vorher verpackt. Und dann in Kartons kommt das rein. Die Gamma-Strahlung ist ja so eine starke radioaktive Strahlung, dass eben hier diese Keime, die da drauf sind, abgetötet werden. Dass das dann nach einiger Zeit steril ist. Sie sehen hier so ein Mauersystem bei solchen Einrichtungen. Denn wenn diese Kobaltquelle rausgefahren wird, nach oben rausgefahren wird aus dem Wasser, dann ist sie wirklich so stark, dass hier drin ein Aufenthalt dann nahezu tödlich ist. Deswegen darf sich keiner drin aufhalten. Deswegen gibt es diese Schutzmauern und so weiter. Und ja, dann wird bestrahlt. Dann fahren die LKWs oder die Paletten fahren dann wieder raus. Und die neuen Sachen kommen rein. Dann fährt diese Kobaltstrahlungsquelle wieder raus. Und dann geht es aufs Neue los. Und viele Menschen haben jetzt hier Angst, dass quasi auch diese bestrahlten Sachen gefährlich sind. Das ist aber völlig ungefährlich. Warum? Man muss sich die radioaktive Strahlung oder diese Strahlungsquelle so vorstellen, wie ein Radio, so kann man sagen. Und die Radiowellen treffen dann, ich reiß die Spritze mal auf, die Radiowellen treffen dann ganz einfach hier auf die Spritze drauf, töten die Viren, die Bakterien ab. Und dann wird das Radio quasi wieder ausgedreht. Die Strahlungsquelle wird runtergefahren in das Wasserbad. Somit ist sie unwirksam oder abgeschirmt sozusagen. Und dann hat man eben die sterile Ware produziert. Aber diese sterile Ware, die ist jetzt nicht so, dass die strahlt, weil ja quasi das Radio die Strahlungsquelle abgestalten ist. Und man müsste quasi die Strahlungsquelle da aufbringen, sprich eine Explosion. Wenn also Stäube drauf wären und so weiter, dann würde die Spritze selbst strahlen, aber eben nicht vorher. Ja, im Prinzip war es das. Ich wollte einfach hier nochmal ein bisschen beruhigen, aber auch zur Wachsamkeit aufrufen. Aufrufen, denn ich kann Eltern verstehen, ich bin selber Eltern. Zum Glück macht unsere, oder wir sind Eltern, ich bin nicht alleine Eltern. Meine Frau und ich haben uns natürlich auch Gedanken gemacht und so weiter, gerade eben, weil ich hier etwas mehr Einblick habe. Und ja, wir haben Glück. Zum Glück hat unsere Schule die Teststäbchen, die radioaktiv bestrahlt sind. Wahrscheinlich auch vielleicht, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ich habe selbst in der Praxis versucht, Teststäbchen radioaktiv zu bekommen. Der Markt ist leer. Ich habe also meine Mitarbeiterinnen dran gesetzt. Wir haben nichts bekommen. Ich selbst habe nochmal geschaut über Stunden. Also es ist ziemlich abgegrast, wahrscheinlich aufgrund auch dieser Gerüchte, dieser Meldungen von Eltern, die auch hier eigene Messungen veranschlagt haben oder beauftragt haben. Es gibt natürlich Gegenmessungen wieder. Korrekturseiten, Medizin, Journalisten schreiben und so weiter. Aber wie gesagt, aufgrund dieser Erfahrung mit den Masken, die ja dann auch im Nachgang zurückgerufen wurden, mit Zertifizierungen und so weiter, wo auf dem Papier alles in Ordnung war, sollten wir hier vielleicht dann doch doppelt drauf schauen. So, das war es. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.